Heute werden Sie aus dem Stand des Studenten in einen anderen Stand erhoben. In einen sehr exklusiven Stand. Sie sehen der Zukunft hoch erhobenen Hauptes entgegen. Denn jetzt sind Sie Erzten. Dr. Michael Ewing. Dr. Doris Ackermann. Dr. Hunter Patchett. Schön zu sehen, dass Sie sich endlich zur Konformität entschlossen haben. Mehr als jahres. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.